Was geht ab? Herzlich willkommen zu eurem neutem Video und heute zeige ich euch, wo es den Stern von Woche 2 Season 5 gibt. Wir sehen es auf der Karte. Paradise Pornes. Und hier unten, wo ich es blau markiert habe, man geht dem Wasserfall nach. Guck mal, man sieht schon, die Leute wollen schon dahin. Ah, hier ist er genau unter mir, wird er sich jetzt befinden. Wir gucken mal nach. Oh, wir hören ihn schon, ja. Und hier ist er. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Kommentar und ein Abo freuen. Aktiviert die Glocke, seid beim nächsten Stream dabei. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.